Meiner, wir haben ja einmal vermerkt, ja, dass du zwei Schüler ohnmächtig geschlagen hast. Oh mein Gott, du bringst ihn um, Maxi! Maxi! Einen überwalzt hast, einen an das Seil gebunden hast und einer ist im Null. Das war ich. Mal wieder den Kommentar vergessen. Ich glaube, somit sind alle Klischees erfüllt. Nee, warte mal. Boah, like mal meinen Kommentar. Zeig dir noch selber. Achso, hast du schon. Hi Gnu, ich hätte eine Idee für das nächste Intro. Das Video beginnt, ich freue mich und ich furze jetzt. Danke, nee, das lese ich nicht vor. Eine große Ankündigung und zwar bin ich am 26.11. beim Red Bull Superiority dabei. Und zwar werde ich gegen Papa Platte antreten. Ich möchte den Sieg nach Berlin holen. Ich befinde mich im Level in Berlin und Papa Platte in Köln im Experian. Und ich suche die besten Fortnite-Spieler, beziehungsweise Leute, die extrem gut sind in Ego-Shootern. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und solltet euch jetzt schnell ein Ticket sichern. Und ganz wichtig, wenn du da draußen jemanden kennst, der richtig krass gut ist, dann sagt den Leuten Bescheid und sichert euch die Tickets. Ich brauche das beste Team überhaupt. Und denkt immer dran, Leute, unser Ziel ist es, Papa Platte platt zu machen. Es wird episch. Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und heute führen wir euch zurück in die Schulzeit. Ja, zusammen mit Maxi. Hallo! Und vielleicht seid ihr sogar noch in der Schule, aber das Geräusch, das Maxi gerade gemacht hat, das verbinde ich auch mit Schulzeit. Ich weiß nicht, wie war deine Schulzeit, Maxi? Die war kacke, ja. Ja, fühle ich auch sehr. Ich hatte einfach nur absolut toxische, schreckliche Freunde. Und ja, Mobbing ist, glaube ich, jedem ein Wort. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt erst mal rein als Schüler. Nachher können wir das auch noch wechseln und rächen uns einfach mal. Boah, ich laufe halt einfach wie so eine Ente, ne? So läuft man eigentlich, wenn man dringend aufs Klo muss. Kann ich ins Auto? Du hast mir Angst. Was, ich kann ins Auto? Ich kann Auto fahren? Hä? Sicher, dass wir dasselbe Spiel spielen? Ah, da ist doch die Schule. Hahaha. Okay, Maxi, ich gehe wieder in die Schule. Ich bin zwar schon etwas älter, aber... Oh mein Gott. Wie? Bist du älter? Maxi, ich wollte dich abholen. Gib mir eine Pause, du bist du. Komm, 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 du bist hin. Maxi, ich komme. Oh, da bist du ja, Maxi. Gib mir dein Pausengeld, los. Maxi holt sich, Alter. Oh mein Gott, du bringst ihn um, Maxi. Maxi. Ja, Pausengeld bekommen. Oh ihr Gott, er hat sein Bein gebrochen. Okay, nichts passiert, dass... Ey, Maxi, nein, Maxi. Weg mit dir. Nein, oh mein Gott. Ach so, tut mir leid. Ich habe dir noch gar nichts getan. Siehst du die hier? Ja, die sieht aus wie ich. Wollen wir sie heimlich eliminieren? Heimlich eliminieren? Ja, ja, ja. Wohin mit ihr, wohin mit ihr? Wir werden sie in den Medien erschalltet rein. Okay, gibt es das hier? Weiß nicht. Komm, lass mal suchen. Es gibt einen Mülleimer. Ja, komm, wir mobben heute alle. Oh, krass, das ist echt eine Mülltonne. Guck nicht hin. Eigentlich sind wir halt nicht besser als das, was uns passiert ist, wenn wir das jetzt hier machen. Ja, mach zu, mach zu. Oh, verdammt, das hat mich selber ausgenockt. Maxi, du musst sie reinschmeißen. Ich mach das. Einer mit, die hat mich immer schlecht behandelt. Gru, schieb sie rein, los. Die ist fast kaputt. Oh. 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 Ja, warum nicht? Geht das aber genug? Ey. Oh ja. Wo ist denn die? Wo ist denn? Wo ist denn? Oha. Guck mal, Maxi. Oha. Ich hab Bauchschmerzen, Maxi. Wir müssen irgendwie zur Pharmazie gehen und die Arzneiklinik, ne, beziehungsweise wir müssen in das Krankenzimmer gehen. Darf ich noch jemanden mitnehmen? Ja. Das ist halt echt so, du machst halt einfach alles, was du in der Schule nicht machen darfst. Die armen Lehrer, ey, so richtige Schweine. Guck mal, links ist ein Ding, siehst du das? Diese Weizmaschine. Oh mein Gott, ein Bulldozer. Willst du über meinen Freund rüberfahren? Ja. Okay, lass mich mal reingehen. Moment, ich geh mal rein und... Okay, warte, positionier den mal, sehr schön. Ne, der liegt mit auf dem Weg. So, warte, okay, und drei, zwei, eins. Oh, der ist so dünn. Oh mein Gott, ich komm nicht drüber, ich komm nicht drüber. Oh mein Gott, sie ist erst ermatscht. Erlebt der noch? Wie geht denn der? Wie ist das möglich? Oh mein Gott. Komm, aber mich kostet drüber, ich will auch so dünn sein. Nein, ich will nicht. Okay, komm. Perfekt, danke. Oh mein Gott, ey, das ist voll grausam. Oh mein Gott, das ist ja voll creepy. Ey, Maxi, das ist richtig... Ey, das ist ein richtiger Fiebertraum. Hä? Du bist einfach nur platt gedrückt. Du bist ein zweiter... Oh, so ein Müll. Komm, wir gehen. Wir haben ja ein neues Haustier jetzt. Oh, hier ist das Arzneikadema. Ich hab... Was ist mit dem los? Das ist Harry Potter. Oh, Harry Potter lebt. Das ist wirklich Harry Potter. Ich geh mal zu ihr hin. Ja, hau sie. Ich hab meine Periode und hab Schmerzen. Ignoriert mich. Warte, ich will mich hier hinlegen. Der geht aber nicht weg. Oh, guck mal, wir können ihn mitnehmen. Oh ja, lass ihn mitnehmen. Hey, das ist einfach so ne kranke Kacke hier. Was ist denn da? Hey, da steckt den Boden jetzt. Ach, da ist der Fufu. Hol ihn da raus, Debbie. Oh mein Gott. Lass uns den mal irgendwo hinbringen. Können wir den irgendwo runterschmeißen? Die Treppen oder so? Äh, ja, bestimmt. Okay, let's go. Die sind Treppen, aber die müssen erst mal hochkriegen. Bist du bereit? Ja. Oh mein Gott. Er bleibt einfach im Bett hängen. Sollen wir mal... Hier, Computer-Class. Hier ist eh keiner drin. Vielleicht können wir ein paar PCs zerstören. Doch, einer ist noch drin. Bisschen Baseball-Schläger oder so. Ich gebe immer alle die gleichen. Oh mein Gott. Ich kann die Scheiben zerschlagen. Bisschen frische Luft ist gut. Ist doch Corona. Interact, was kann ich da machen? Du doofkopf. Du hoffst es matt zu sein. Du hoffst es matt zu sein. Ich bin reicher. Oh mein Gott. Die sieht besser aus als ich. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich hasse sowas. Oh. Was? Entschuldige mich mal hier. Maxi, wir müssen über deine Benehmregel reden hier. Oh. Okay. Wir haben hier einmal vermerkt, ja? Dass du zwei Schüler ohnmächtig geschlagen hast, einen überwalzt hast, einen an das Seil gebunden hast. Und einer ist im Müll. Das war ich. Ja. Ja. Wie lösen wir das Problem jetzt? Also, ich hab... Also das Problem ist, meine Eltern... Sie trinken... Wasser. Aus dem Rektorat. Aus dem Rektorat. Aus dem Rektorat. Okay, komm. Oh, okay. Okay, schmeiß wir auf den... Oh, okay. Oh, gibt's mir noch einen Kick. Heute gibt es einmal Aufklärungsunterricht. Maxi. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Wie lange... Fast, gleich, warte. Warte, gleich. Jetzt. Wie lange geht die Periode einer Frau? Äh, drei Tage. Zwei, eins, ein Tag. Falsch, Mann! Keine Ahnung, ein Monat, nee. Was, ein Monat? Fünf bis sechs Tage. Ja, hab ich doch gesagt. Manchmal auch sieben, es kommt drauf an, aber doch nicht ein Tag. Ich hab alles durch... Ja, okay, neue Fragen. Okay. Maxi. Ja. Was ist das? Deine Schere. Also, wir haben auf jeden Fall noch viel Unterricht nachzuholen, mein Freund. Das geht so nicht. Ich bin im Film. Weil er steht hier immer noch im Brunnen der Arme. Ähm, magst du mal ein bisschen hier durch die Stadt cruisen? Ich mit dir? Du fährst, aber ich hab keinen Führerschein. Okay. Irgendwo so ein Laden mit einem roten Schild. Ich glaub hier in die Richtung. Oh mein Gott. Ah! Was zur Hölle ist das? Ich dachte, es ist nicht das vor uns, oder? Was zur Hölle ist das? Äh. Die können wir kaufen. Oh, sorry. Aua. Mhm. Geil. Nimm mich mit. Äh. Ja, du fährst. Äh. Ich rufe mich nur aus. Besteig mich halt. Ja. Nein! Ey. Ja, mein Auto geht ja nicht mehr auf. Alles klar. Ich geb dir ein bisschen Anschwung. Nein, nein! Ey, aber doch, sei nicht voll gut, ey. Okay. Weil du fliegst. Ja, mega nice. So, wo war jetzt das Geschäft? Ja, hier ist es. Hast du alles im Griff? Ich bin da. Wieso? Okay, ich komme. So, was gibt's? Äh. Oh Gott, da gibt's Scheiße zu kaufen. Okay, ich geh ins Publikum und schau zu. Okay. Noch vor, noch ein Tor. Maxi, Jagsi, alle die Luft. Drei, zwei, eins. Let's go! Oh mein Gott, oh! Weißt du, was wir machen, Maxi? Oh mein Gott, ich hab ne gute Idee. Wir testen jetzt alle Dinger aus und dann schmeißen wir alle Schüler in den Brunnen und bomben die Bombe von oben drauf. Ist das eine gute Idee? Boah, ich will gar nicht wissen, von was für Sachen du träumst ab. Ich hab noch ne Rakete. Ah, die hab ich auch noch, ja. Ich würd sagen, auf den. Drei, zwei, eins, let's go. Oh mein Gott! Was? Sichtig. Da oben. Ach, witzig, bist du da oben auf dem Dach? Nee. Hä, da steht einer. Oh mein Gott, was hast du da vor? Ich hab gar... Nein, komm mit. Das ist doch gut. Oh nein, oh mein Gott. Ja, ne? Holy... Nein, bitte nicht mich, lass erst mir über den anderen reinschmeißen. Nein, 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 wir können sie weg. Ab mit denen... den... den Brunnen. Mit dem Brunnen vor dem Haus. Echt jetzt? Moment, du schwänzt. Ab in die Schule. Okay, ich glaub, das reicht, oder? Die haben alle Bauchschmerzen irgendwie. Alle haben ihre Tage. Hä? Ah, die Arme. So. Ich seh' dich. Okay, mal gucken, ob dieser Böller überhaupt so weit fliegt. Drei... Ich bin bereit. Drei, zwei, eins, go! Ich hab nicht reingetroffen. Nee, hast du wirklich nicht. Ja, wie voll das hier ist. Ja, ich hab schon ein bisschen was... Es ist einfach voll der Fiebertraum. So, dann... Genau, das Pferd kann... Oh mein Gott, das arme Pferd! Und? Was soll jetzt sein? Rakete oder Böller? Ich kann nochmal Böller testen. Ich würd sagen, Böller. Bei den Leuten hier vorne. Ja. Böller, auf jeden Fall. Aua. Ja, Böller. Oh mein Gott. Nein, schnell, mach den Böller, bevor die uns alles kaputt machen. Let's go, schnell, Maxi! Oh mein Gott, die machen uns alles kaputt. So, jetzt. Drei, zwei, eins, go! Guckst du noch hin? Ja. Die sind aber auch recht blind, die Cops, ne? Die fahren einfach dran vorbei. Fahre ich genug? Warte, ich will das Geld haben. Okay. Fahre ich genug, Rakete? Ah! Okay. Hast du ein Feuerzeug? Äh, nee, du hast doch eins gekauft, oder? Ja, ich hab eins, ich hab eins. Kannst du brennen, Gnu? Ah! Drei, zwei, eins, los! Äh. Irgendwo funktioniert das nicht. Hä? So, warte. Lehrer kommt. Ich weiß, dass du die Schule schwänzt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, du Schwein! Oh mein Gott, iiii! Kommt der Papa! Ah, iiii! Oh mein Gott, das ist voll schrecklich. Kommt, du musst wieder in die Schule! Das nimmt jetzt ganz, ganz bösen Turn hier. Ich seh, dass du die Periode hast. Oh Gott! Du musst in die Schule gehen, ich will scharzen. Äh, das ist so disgusting! Äh, ha, 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 ha! Holy shit! Warte mal, kann ich mal einen Papierflieger schmeißen? Schreibt gerne die YouTuber, die Maxi und ich fragen sollen, mit denen wir das jetzt zusammen spielen können. Ich würde sagen, drei Schüler versus einen Lehrer und wen ihr euch dafür wünscht. Falls ihr noch eine Folge wollt und das ganz viel Daumen nach oben da, checkt gerne Maxi in der Beschreibung ab und erklärt uns bitte, wie wir diese Rakete starten. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön, Maxi, fürs, äh, absolut, äh, scheiße treiben hier. Ja, ja, ey, kein Ding, ist nichts lieber als das. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020